Mein Name ist Klaus Littmann und ich bin in Basel in der Schweiz zu Hause und realisiere von dort aus schon seit vielen, vielen Jahren oder bald schon Jahrzehnte Kunst- und Kulturprojekte, insbesondere im öffentlichen Raum. Es ist ein Mammutprojekt, das ist klar, aber es ist eben ein Projekt, das glaube ich, wirklich eine ganz entscheidende und klare Berechtigung hat und es ist wirklich ein Projekt, wo ich auch eine Notwendigkeit drin sehe und die bekam mich natürlich auch immer wieder bestärkt darin, dass es Menschen gibt, die mich dabei ganz massiv unterstützen und denen das auch wirklich völlig egal ist, ob das Projekt jetzt in der Schweiz, in Basel oder in Helsinki oder in was für Teufel wo ist, es ist jetzt in Klagenfurt, weil es dort eben möglich ist und das zeigt mir eigentlich eben auch auf die Dringlichkeit des Projektes und die gibt dir immer wieder den Anschub und die Kraft eben da dran zu bleiben, bis es jetzt funktioniert. Ich habe einen Wunsch, den ich mir erfülle und zwar ist, dass in dem Moment, wo wirklich die Arbeiten abgeschlossen sind, möchte ich einfach einmal für mich ganz allein in dem Stadion sitzen, da setze ich mich irgendwo hin, habe schon ein bisschen eine Idee wo und schaue mich das an und dass es mich da dann emotional erwischen wird, das weiß ich, aber dann bitte auch ohne Publikum.